Willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Eroberung Wir wollen jetzt schon das letzte Level der Heldenkampagne in diesem Spiel abschließen Das schwarze, ne schwarzes Tor Ist schon das letzte Level der Heldenkampagne Danach geht's bei den Bösen weiter Sie wissen, dass ihr Opfer am schwarzen Tor von Mordor Frodo genug Zeit verschafft, um den einen Ring endlich zu zerstören Und in dieser letzten Stunde kämpfen die Heermeister des Westens bis zum letzten Atemzug um ihre Freiheit Stürmen des schwarzen Tors 25. März 2019, drittes Zeitalter So, wir, oh, oh Okay, wir können jetzt hier nur Helden ausbilden Aragorn, Gandalf, Gimli und Legolas Ich möchte tatsächlich Gandalf Weil, guckst euch mal die Blitze von ihm an So oder nicht, verteidigt dieses Feld mit eurem Leben Wir werden hoffentlich gewinnen Die sollen nur kommen Ich warte hier auf die Krieger, kämpf! Verschaff dem Hobbit Zeit! Oh! Oh! Ops Gandalf geht ab Wir werden auf diesem Feld untergehen! Mit Gandalf überlebe ich sehr lange Obwohl ich frontal reingehe Obwohl ich direkt einfach rein Ich renne ja einfach in die Massen der Orks rein Ja, danke Krieger Lauf mal direkt rein Krieger, kämpft! Verschaff dem Hobbit Zeit! Wir haben gesiegt! Das Feld ist unser! Der Schicksalswerk speit Feuer! Der Hobbit leert sich den Schicksalsklüften! Er braucht Zeit! Werft sie zurück und erobert ihr Tor! Au! Au! Oder oben stehen die Fläche Ah Mist, so weit kommen meine Blödsinn Leider nicht Dann kann ich hier nur noch abwarten Oder er möchte schon am besten den Pfeilen ausweichen Wir halten das Tor Wir haben unser Bestes getan Ihre Hauptleute sind in diesen Türmen Wir müssen weiter Bringt sie zu Fall Au! Ich komm dann mal hoch hier Runter hier Es ist mein Tor Hier, fang! Oh Das ging durch Fürstet sie nicht Ihre Hauptleute bluten wie alle anderen Ah ne, hier diesen Tor Will ich hier Auch wirklich umschmeißen Oder? Vielleicht doch nicht Ich geh da jetzt erstmal hoch Das ist dafür, dass Ah, wie hoch ist denn der Tor Das ist dafür, dass du dich hier so lange versteckst Oh, du bist noch oben Das ist gar nicht gut Irgendwann gibt's keinen Fallschaden Au! Ich schau den Turm jetzt erstmal ran Auf die Türme Werft ihre Hauptleute nieder Und Der ist jetzt weg Au, was ist denn hier? Ein Hauptmänner ist gefallen Au, gar nicht, der ist tot Will den Turm jetzt hier zum Pfeil bringen Turmhauptmann Komm mal hier runter Was soll das denn? Warum geht der Turm denn nicht? Ach, dann geh ich da jetzt Nein Gandalf ist geplatzt Gut, dann ist Aragorn jetzt da Schütze die freien Völker Zeig den feindlichen Hauptmännern Keine Gnade Hab ich nicht vor So So Der nächste ist auch ausgeschaltet Noch ein Hauptmann ist tot Ja, danke Oh, der nächste Den nächsten Hab ich vom Turm runter geholt Dann glätte ich jetzt hier mal hoch Zum Hauptmann Guten Tag Mir ist das auch gefallen Werft ihre Hauptleute nieder Kämpf Nur noch ein Hauptmann steht Vergiss es So Geschafft Besiege Sauns Mund Der dunkle Herr dieses Reiches Bringt ihn zu Fall Ja Warum kann ich die Springfeuerbeliste nicht benutzen Aua Genießt eure letzte Stur Ach, wenn die Lava mit ihm Sauns Mund wird uns nicht mehr beleidigen Nö, der ist ja jetzt verbrannt Wir müssen ihr Lager nehmen Oh, bis noch den Hauptmann Kannst auch da Zu Sauns Mund hinterher gehen Verschwindeln die jetzt mal Hier alle aus meinem Kreis Gut gemacht Ihr Lager gehört uns Wir müssen unser Lager halten Bis das Blatt sich wendet Möchte auch dich zu heilen Oh, das sind jetzt echt ziemlich viele Aua Das war gerade sehr viel auf einmal Mist Also hauptsächlich ja nur die Trolle Und das macht es gerade nicht besser Lässt du wohl den Krieger? Los Ja gut, ich kam ein bisschen zu spät glaube ich Mist Ich kletter doch hoch, ich kann nichts mehr machen Mist, nein, 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 aua Hilfe Hilfe, ich kann nichts machen Erledigt Ja, gerade noch so Wir haben uns eigentlich schon übernommen Aber gewonnen Obwohl es in dieser letzten Stunde keine Hoffnung auf überleben gab l usted keiner der männer zurück und auch als der Find herrückte und die Kraft aus ihrem Arme Habachten die Menschen keine furcht l sich keiner der Männer zurück Doch es war unserer Welt nicht bestimmt, in dieser Stunde unterzugehen. Denn der Ring trieb ein grausames Spiel, das selbst sein dunkler Meister nicht vorhersehen konnte. Und in diesem letzten verzweifelten Augenblick erfüllte der Ringträger seine Pflicht. Und nur einen Herzschlag später war der dunkle Herrscher Sauron nicht mehr. Und so hatte das Kleinste aller Dinge unseren Triumph besiegelt. Unser Schicksal stand auf Messers Schneide. Doch dann, als die Hoffnung siegte, bohrte sich dieses Messer tief in das Herz des Feindes. Und dies war die Stunde unseres Sieges. Vergiss nie, dass die Herzen der freien Völker auf diesen blutigen Schlachtfeldern niemals zweifelten. Und ihr Mut niemals ins Wanken geriet. Und so endete das dritte Zeitalter im Triumph und nicht Verzweifel. Damit haben wir jetzt den Ringkrieg abgeschlossen. Im nächsten Part machen wir dann Saurons Aufstieg. Das ist die böse Kampagne. Ja. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020